Search harder, bring them to me, dead or alive, yes, supreme world queen. Bring them to me. Wir greifen mit nem Pizzaschneider an. Mit nem gezackten. Ja, a very big robot. It's just a screw in a robot. Immer mehr. Wenn du denkst, es geht nicht mehr. Ja. Oh! warum darf ich nicht auf dieses buch schießen wollte ich ja ich hätte auch gerne das buch gerne angezündet wirklich gerne es ist voll haus auf haus auf es war hier guck mal hier sieht doch top sekret aus können wir nicht durch scheint wohl nicht geplant zu sein dass man dadurch kann kannst du das nest auch abfeuern guck mal guck mal hier ein korn kass eine kasserole das ist das nest ist tot was hat geklappt aber das ist noch mehr nester die explodieren einfach bei uns in der nähe ich dachte die machen irgendwie was spannendes aber ja jetzt kann ich wieder mein jenny royale aufstocken natürlich so viele wagen und sie können alle brennen sonnenblumen so funktioniert so ganz bald anzünden so jetzt haben wir oh nein mörser mörser bis hier kümmer da mörser Oh, Wespe. Au. Sind doch normale Wespen auch noch so am Rande. Ja. Wenn die mal in mein Sichtfeld kommen, dann kann ich das machen. Oh, wo seid ihr? Back to life, back to life. Backstreets back, all right. Au. Na. Your turn. Der Lebenspunkt hat diese Mörser-Wespe. Noch ein paar. Ah. Dauerartilleriefeuer hier. Wir haben scheinbar unendlich viele Respawns. Jo. Aber wenn wir beide gleichzeitig sterben, dann ist Ende. Au. Du spürst, der sich heilt. Au. Autsch. Ich meine, wenn ich die treffe. Oh, du bist der Beste. Ah, ne. Diesmal zurück mal. Bisschen mehr Damage. So. Go down. Hat sie Loot gedroppt? Weißt du, ich hab noch nicht nachgeguckt. Der wird meinem Equipment ganz zufrieden. Was? Ich hab deine Matchgun? Ja, weil ich verschließe, äh, äh, ich glaub Streichhölzer heißt, irgendwie im Englischen. Ja, klar, klar. Aber ich hätte sie gesagt, dass sie dir auch die gleichen Matches. Ja, ne, äh, keep on, äh, ich hab nicht ganz verstanden, was sie gesagt hat. So, warte mal. Ne, 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 ne. Kann man da nicht auch noch irgendwie einen Selbstauslöser machen? Okay. Achso, ich kann nur noch so, ne. Sieht wie ein T-Rex-Squirrel aus, hä? Ja, wie schon. Achso, man kann auch... Oh. Really? Ha, 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 ha. The perfect backdrop for my Warhero photo. Was? Ha, ha. So, nochmal. Achso, der resettet sich einfach nach dem Schuss. Ja, ja. Oh, ha. Oh, ha. Ah. Okay. Okay, müssen wir da irgendwas Spezielles hier machen? Ich weiß nicht. Ach, hier drüben gibt's auch noch irgendwas. Achso, jetzt hier. Irgendwo schnell. No. Ach, du warst zu spät. Okay. Next try, hä? Aber nehmen wir ein anderes. Was spannenderes. Nehmen wir das hier wieder. Quick, into positions! Ja, wir hätten vielleicht die Kamera vorher ausrichten können, hä? Ah, das passt bestimmt schon. Tipp, tipp. Jetzt noch eins von dir. Wie, von mir? Na, jetzt eins von mir an der Wand, eins von uns beiden, jetzt eins von dir. So, dann eins aus. Mal gucken, was passiert. So, was kann man denn hier machen? Jetzt kannst du da ans Foto geben, äh, Y drücken und dann wirf das an die Wand. Wunderbar. Hm, clever. Hm, clever. Well, look at that. Schöner, kleiner Unsinn. Cool. That's pretty good. Haha, ist überhaupt nichts zu sehen. So, wo geht's weiter? Strategien, oder? Hier, guck mal. Oh, guck mal. Wir beide mit Rosie. Oh. Hier andere Szenerien. Ich sag dir, nachher ist es Pfadfinderhörnchen. Böse. Wurde es von den anderen gemobbt wurde. Das sieht nach Boss Area aus, so'n bisschen. Woah. Ich denke, sie bringen jetzt die große Schäden aus. Noo. Oh, Matrix. Das ist ein Hammer! Es ist immer nur wasscht. Boah. Haben sie ja einen Hammer verwendet? Hahaha. They call me the exterminator. They really do. Oh! How do you like that? Leave us alone, Hessies. Oi. Problem ist, ich kann immer nur drei Streichhölscher verschießen. Danach muss ich kurz nachladen. Ja. Au, die haben mich erwischt. Aber das... Uh, das ist noch welche. Boah. Hat ein bisschen was von Matrix. Ja, ja. Bin ich, bin ich, bin ich. Bin ich auch. Boah. Oh. Kann ich mir zielen. Hey, hey! Don't do that! Oh! Oh! Ich glaube, das musste passieren, hä? Ich glaube auch. Ach, du meine Güte! Hahaha! Oder schlechte Regie. Oh mein Gott! Cheers! Verkehrsbarrikade! Straßenbarrikade, wollte ich sagen. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist der abgefahrene Scheiße? Cheers! Oh! 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 Oh, no! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Um's weg, nehm. Oh my god, oh god, das ist alles viel so knapp. Oh my god! We got it! Sind wir jetzt in StarCraft? Hahaha! Wuh-oh! Wuh-uh! Wuh-oh! 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 Oh, Gott. Oh, now what? Ich glaube, wir müssen auf diese Richtung gehen. Oh, hey, wir können hier in die Richtung! Oh, wir gehen bei der Boot! Oh! Ich bin mir nicht mehr sicher, was das ist. Die Fassdecke. Das ist ganz stabil. Wir sind einfach nur puppelig leicht. Ja, das war eine Möspe. Eine Möspe. Massenhaltungssatz oder was? Ohne einfach Propeller, ja, okay. Düsenantrieb. Oh nein, seriously. Oh nein, wir sind schon wieder auf dem Fluss. Okay. Es gibt die Richtung an. Links, rechts, irgendwo hin. Das ist mir eigentlich völlig wurscht. Ich glaube, man muss nicht ganz schnell. Ach so, ich muss diese Lava verschießen. Lava-Larven. Okay. Bisschen weiter zur Seite irgendwie. Okay, der Fassdecke hat tatsächlich eine HP. So, ein bisschen weiter nach links. Jetzt nach rechts. Okay. Und voll drauf zuhalten. Müssen wir wieder nach links korrigieren? Und wir müssen wieder nach rechts. Sehr gut. Und jetzt einfach volle Möhre geradeaus. Was ist das da? Was glänzt da hinten im Wasser? Das ist so eine Reflexion. Lava-Larven. Ja, da. Genau. Die Richtung. Der tatsächlich... Meine Kamera fixiert auch tatsächlich eher in die Richtung. Der sieht gut aus. Rechts von dir. Ah! All right. Ja, 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 ja. Rechts. Uff. Wow. Sind wir noch in dem Baum? Steine, ne? Nicht mehr so ganz. Aber das sieht nach Baumwurzeln aus. Da wird es gleich gegen die Strömung. Oh Gott. Oh Gott. Nichts. Noch nichts. Das Switchen ist gar nicht so leicht hier. Ich glaube nicht, dass das hilft. Oh Gott. Oh Gott. Na? Wir ziehen nach links. Also jetzt nach rechts. Schnell. Vollgas. Nach rechts durch. Ich kippe Gas. Ich kippe Gas. Oh mein Gott. Schneller geht nicht. Schneller geht nicht. Oh Gott. Es hat nicht geholfen. Vorsicht, 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 Vorsicht. Und jetzt. Jetzt. Stopp. Oh. Schnell an der Seite bleiben. Vorne, vorne, ruhig. Sieht gut aus. Oh oh. Bisschen weiter rechts. Bisschen sehr viel weiter nach rechts. Ich wollte nur den Tornado ausreichen. So. Sehr gut. Oh. Hier wird es duster. Oh. 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 Seid ihr zwei nicht schon mal auf einem Floß und seid die Stromschnellen runter? Ach, ständig. Fusion. Ständig. 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 Oh. Oh. Scheiße. Meine Augen. Oh. Holy. Jellyfish. Sind das wirklich Quallen? Hey, hey. Hey, hey. Ja, immer geradeaus. Du machst das gut. Bis mal nach links. Und hier sollte der Ende sein. Achso, du musst dich erst befinden, glaube ich. Wie viel auch immer du von dem Harz mit hast, ey. Ist von innen größer als von außen. Let there be light. Oh nein. Oh shit. Oh. Glitchig. Okay. Nein. Nein, nein, nein. Glitchig. Ja, genau. Ja, habe ich da jetzt auch so ein bisschen das Gefühl gehabt. Ich glaube, die sind ein bisschen glitschig. Wow. Das sind keine Steinpilze mehr, Cat. Was ist das? Magic Mushrooms. Magisch. Oh, guck dir das mal die Malerei an. Uh, was könnte es sein? Haben die hier irgendeine Art höheres Wesen vergöttert? Irgendeine Art Scratch? Takeshi's Gase. Wow. Guck mal. This must be the Squirrel's History. Tatsächlich, guck mal. Die Opfer hatten Eicheln einem Hörnchenmon hier hinten und waren darüber sehr happy. Haben aber die Eicheln Feuer hier verlegt mit dem Speer. Was ist ein Quatsch? Oh, guck mal. Oh, hier ist ein, uh, ein historisches, äh, ein Urzeit-Scribble. Sieht das aus, als hätte das noch Flügel? Oder sind das nur Wurzeln? Ja, das sieht aus als Flügel. Und guck mal, irgendjemand hat ja ein Haus gebaut und mit einem Bagger die Eichhörnchen vertrieben. Ja, diese komischen zweibeinigen Dinger. Kennst du das von Rick und Morty mit den Squirrels? Ja. Mit den Eichhörnchen? Ja, ja, ja. Die damn Squirrels, die reißen uns den Arsch auf! Oh, guck mal hier. Sie klauten uns Sonnenbrennen, Kämme, Gabeln, Elektroleite und mal die Zahnbürste! Nein! Hier, mach mal voll. Oh, guck mal. Stirnhemmel. So wunderschön. Das heißt aber, wir sind immer noch im Baum. Oder wir sind in dem Baum vor dem Baum. Im Loch vor dem Baum. Ey! Wer bist denn du? Oh! Ähm. Okay. Was war das? Was zur Hölle war das? Das ist Magi! Magi, can you feel it? Gott. Das sind noch keine Quallen mehr. Wow, das sieht aus. Das ist ganz schön abgefahren. Was zur Hölle? Hätten wir auf dem Vieh landen sollen? Ja, hätten wir. Sind wir doch, sind wir doch. Sind wir auch. Ein Narr ist, der was anderes behauptet. Und wir haben keinen Spitzbühlen. Nee. Das ist ja abgefahren. Äh. Ich werde ihn halten. Äh. So ein richtiger, war denn ich, ich rutsch dir fast runter. Ich mach damit. Äh. So. Ja. Nur ein bisschen mit fast. Was zur Hölle geht hier ab? Ist das ein Geisterrochen? Nee, rochen und flacher, oder? Ja. Eher aus wie ein... Wie ein Wels, ne? Wels? Karpfen? Nee, aber der... Wir haben dann so krassen Seitenflossen, oder? Keine Ahnung. Du hast doch gerade erst ganz viel geangelt in deinem guten Spiel. Wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das? Leichen, äh, wer hat der Simulator? Ja, ich glaube, das sieht eher so aus wie, äh, Karpfen. Okay. Wirkt wie ein Drogentrip. Ja, ein Drogentrip kann es auch sein. Aber ich tippe mir auch lieber auf Karpfen. Das ist nicht meine Schuld, Mudo. Damn you, Cody. Das ist nicht meine Schuld. Ja, aber Frauen sagt man sowas nicht. Ja, ist das so? Oh, jetzt ne... Oh Gott, hier ist ne Trommel. Pumple Station. Oh. Pumple Stempel. Hey Cody, that looks like a shooting range. Hä? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ach, guck mal hier. Hey Cody, over here! Lass die beweglichen Ziele nicht auf deine Seite gelangen. Ah, okay. Okay. Oh, das ist aber blöd gemacht. Mit dem rechten Stick-Ziel? Ach Gott. Uff. Na. Nein! Oh Gott, die Scheiße. Nein! Sag mal! Boah! Oh! Ernsthaft? Puh. Das war Scheiße. Das war Scheiße, sagt er. Obwohl er es gewonnen hat. Ja, ich mag sowas nicht. Es war zu viel Druck. Da mag ich lieber hin und her springen und Dinge tun. Und es war nicht zu viel Druck mit dem Seil ziehen oder mit dem Arm drücken? Nee! Wir haben beide geschwitzt beim Arm drücken. Aber das ging ja trotzdem viel zu schnell im Vergleich zu The Way Out. Ich hatte noch ganz viele Reserven. Aber ich war einfach nicht schnell genug. Also beim ersten Mal nicht. Beim zweiten Mal habe ich den Kontroller auf den Tisch gelegt und mich quasi draufgestellt. Okay. Mit beiden Händen. Huch! Nein! Feuer! Jetzt. Ich habe das Gefühl, dass das Baum-Level ist tausendmal länger als die Werksche... äh, der Schuppe. Wo sind wir gehen? Nur ein Weg raus. Ha! Oh, das Weihspiel war echt schwer. Mann! Ihr seid schon bei den Bienen. Krasses... Krasses Gebäsche. Oh mein Gott! Jetzt habe ich nicht aufgefasst! Oh nein! Das habe ich doch alles erst in Death's Door durchmachen müssen. Ich kann nicht schießen. Wir müssen einfach nur ausweichen. Okay. Gut. Ja, irgendwann sind wir oben angekommen. Wo haben wir die ganzen Pizzaschneider her? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemand zu viele gekauft hätte. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben eine ziemlich große Hitbox. Ich habe mich da jetzt nicht drin gesehen in den Pizzaschneidern. Trotzdem haben sie mich betroffen. Ja, wir sind schon die ganze Zeit bei denen. Oh, hat das mit dem Applaus geklappt? Ich habe den nicht gehört. Hast du den gehört, Fusion? Eigentlich hätte das funktionieren müssen. Wo das war halt. Ich habe nicht drauf geachtet. Oder war zu leise. Oh! Zoom, Zoom, Zoom! Zoom! Ach nee, wir sind... Ah, nee, 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 es kann hier auch nicht funktionieren. Ich bin in der falschen... Falsch... Ah, dammit. Ich muss das gleich mal ausstellen. Ich bin in der falschen Szene drin. Für das Spiel habe ich es noch nicht eingeschaut, dass es hier geht. Ah, okay. Es geht derzeit nur in Bloodborne. Mit Bloodborne habe ich es getestet. Ach, dammit. Ich muss echt mal in OBS umbauen. Kann passieren, ne? Das sah weird aus. Das war jetzt aber erschreckend wenig. Ähm... Ne, wie gesagt, Fusion ist... Es geht hier nicht in dem... In dem... In der Aufnahme. Ach, ängerlich. War nie mitgedacht von. Ja. Das ist mal deaktiviert. Das ist mal deaktiviert. Ja. Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, are you ready for this? I'm not sure. Ja. Aber das kann... Oh Gott. Ja, alles klar. Uff! Ja, sau die Male voll, diese komischen Löcher. Oh! Wow! Macht das viel Schaden. Ui! Okay. Nicht... Nicht springen, sondern flitzen. Ne, du kannst da rüber springen. Nein, nein. Hab ich meinen, um den Käfer auszuweichen, flitzen. Ach so. Ja. Weil ich bin ja auch eher so der Dark Souls Ausweiter, ne? Jetzt! Sau ihn ein oder... Ach ne, es hat so Schaden gemacht. Ja. Ha! Ha! Boah! Okay, man kann jedes Mal nur... Jedes Teil nur einmal benutzen. Okay, er dreht jetzt richtig frei. Ach, come on! Ich gehe lieber durchgeschossen, aber es ist das Ziel aus dem Lock raus. Ah, jetzt zieht er auf dich. Ah, jetzt kommt er zu mir. Oh! Oh! Also, was geht denn mit den Pippen, Cody? Das tun ich doch schon! Oh! 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 Kommt zu mir! Jetzt kommt er zu mir. Damien Blunt! Oh, wie sieht er denn ganz süß aus? Wir haben den Rhinocerus Käfer Henry getauft. Warte, 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 warte! Ich bin nur eine Beetle. Ich liebe die Wasp. Also, warum bist du auf dem Seite? Ich bin ein Böder. Ich bin mein Freund, aber nicht bezahlen mir die Küchen. Was? Worms? Slugs? Larvai? Nein, ich bin ein Vegetarier. Ich bin frei. Ich bin der Nektor bezahlt. Okay, wieso, du kennst die Queen? Sie hat alles die Nektor. So, if you help us take her down, you can have as much Nectar as you want. I can? Yes, he can have it all. Oh, yummy. Oh, what are you waiting for? Come on, jump on! Oh, das wird ein bisschen abgefahren. Oh, here I come! Nectar! Oi! Make it jump, Cody! I'm trying! Was? Also, ich kann irgendwie, ich kann schießen. Ich kann schießen. Nein, nein, ich kann nur, ich kann nur steuern. Ich muss hier da oben abschießen. Ah, steuersteuersteuer, spring mal drüber und nicht rein. Das ist ja. Ja, ich schaue das so. es macht schon echt spaß ich könnte aber nicht mehr nach oben ziehen was ist das was möchte hast du das oder ist er das was denn was denn ich höre ganze zeit zum grauen schmerzen oder sonst irgendwas als wenn irgendein großes monsterns werden das ist er der einfach sagen am trampeln und galoppieren quasi ist er tot oh mein gott die bienen müssen ganz schön dumm sein ihr fliegt nicht mal da auf die pflaster hier gibt es ganz auf die pflaster schießen okay und hier vorne ist schon honig drauf dann versuche ich noch etwas drauf zu schießen das ist ziemlich witzig so ich mache mal etwas verloren so hinten dürfte auch wieder was drauf sein aber ich weiß nicht wie ich dem hätte ausweichen so kann man kann auch in die andere richtung leiden wahrscheinlich ja genau auf die idee bin ich nicht gekommen was ok wieder ausweichen ok nur jetzt muss ich mal vorstellen das ist so ein wof das hätte aus worms kommen können so ich werde mal das pflaster hinten versorgen ja vorne im brustkorb ist der pflaster ist auch das da ja pflaster hinten ist versorgt ich reizt ab ums bienen oh das ist ein scheiß lch lch ja wieso können wir nicht schießen steht mir nicht weg ja da muss ein bisschen was auflösen das war steht mir nicht weg pflaster vorne ist versorgt ok hinten gibt es keine pflaster mehr es gibt noch ein pflaster das habe ich gar nicht bemerkt also man muss dann springen und dann wieder mit dem seil ran ziehen ja pflaster ist versorgt das was die ganze zeit nicht geht muss auf einmal gemacht werden ja muss wieder auch wieder ja zu viele wespen davor noch ein paar aber das klasse ist versorgt auch noch ok ein bisschen ist was dran einmal noch ich will drin sein aber henry ja er war so ein teuer gefährte oder ist der nektar der unendliche der unendliche der unendliche ne Hummel ne Hummel sie ist eigentlich wirklich und oh 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 Shoot the next attack! Okay! Oh! Oh! Oh mein Gott! Wie sah nochmal das Ende von Independence Day aus? Genau so! Nur in grün, glaube ich. Hast du ein neue IPG-Megas angekündigt? Ach, Quatsch! What? Oh! Oh mein Gott! 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 Waren die 90% der Bevölkerung! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist zur Hölle? Ein Schönchen mit MGs. Oh mein Gott, es ist zur Hölle.